Es war eine Schocknachricht für alle Sparer, die mit einer Lebensversicherung fürs Alter vorsorgen. Denn erneut soll der Garantiezins sinken und zwar von bisher 0,9 Prozent auf nunmehr 0,25 Prozent. Was bedeutet das für die Altersvorsorge und wo sind mögliche Alternativen? Fragen dazu an Vermögensverwalter Andreas Glogger. Er ist Geschäftsführer bei Glogger & Partner. Einen schönen guten Tag. Hallo, Frau Neck. Herr Glogger, was bedeutet es denn, wenn der Garantiezins auf 0,25 Prozent sinkt? Was hat es mit dieser trockenen Zahl auf sich? Naja, damit kommt natürlich beim klassischen Lebensversicherungssparer, der neu eine Kapitallebensversicherung abschließt, einfach noch weniger an. Es wird damit immer unlukrativer, in derartige Anlagen zu investieren. Für das Stichwort Altersvorsorge, also ist es im Grunde genommen eine Katastrophe. Und wer glaubt, mit einer Lebensversicherung auf dem richtigen Weg zu sein, der wird das Ziel nicht erreichen. Der Faktus bleibt am Ende ja kaum was übrig. Selbst über lange Zeiträume, also ein Zinses-Zinseffekt mit 0,25 Prozent, scheint kaum möglich, Herr Glogger. Warum gibt es überhaupt diese neue Verordnung aus dem Bundesfinanzministerium? Naja, die Regierung ist natürlich angehalten, ein Stück weit den Versicherungsgesellschaften zu helfen. Weil auch die haben mit der Negativverzinsung und Nullzinspolitik der letzten Jahre extrem zu kämpfen. Das heißt, die Versicherungen können mit dem Geld der Sparer auch nichts mehr wirtschaften. Ansonsten haben die Versicherungsgesellschaften ein wirtschaftliches Problem und da steht der Staat einfach Gewehr bei Fuß und hilft den Versicherungen dadurch, ihre Garantieverpflichtungen zu reduzieren. Was bedeutet dann das jetzt für die Altersvorsorge, vor allen Dingen für die private Altersvorsorge, Herr Glogger? Ist sie damit jetzt tot? Also das Thema Altersvorsorge ist wichtiger denn je. Jeder, vor allem junge Menschen, sollten natürlich etwas auf die Seite legen, um später einfach zusätzliche Gelder zu haben. Weil auf die Rentenversicherung, auf die würde ich mich nicht verlassen. Aber die Frage stellt sich, mit welchen Anlagen tue ich das? Und eine Altersvorsorge zu machen mit einer Kapitallebensversicherung, die 0,25% Rendite vor Kosten mir noch bietet, das heißt nach Kosten bin ich eigentlich im negativen Bereich, das ist definitiv tot. Es muss aber auch nicht jeder so machen, sondern auch das gehört zur Bürgerpflicht heutzutage. Ich muss mich halt informieren, welche anderen Alternativen gibt es denn? Denn man muss nicht mit 0,25% Altersvorsorge betreiben. Ich mache das schon viele Jahre nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ein Ball, den Sie mir zuspielen und den ich dankbar aufgreife. Wie machen Sie es denn, Herr Glogger? Welche Alternativen gibt es denn zu einer klassischen Lebensversicherung oder auch zu Riester und Rürup? Ja, zu diesen ganzen Versicherungslösungen, die Sie geschildert haben, bieten natürlich Sachwerte eine ideale Alternative. Sei es, ob jemand für eine Immobilie sich investiert, um mal die eigenen vier Wände zu haben oder auf dem Weg dorthin, um Kapital anzuhäufen, bieten sich natürlich die Aktienmärkte ganz klar an. Wer hier einen Zeithorizont von fünf, zehn Jahren hat, kann hier durchaus im Schnitt zwischen 6 und 8% Rendite nach Kosten erwarten. Und da kommt dann auch aus dem Vermögen natürlich was zusammen. Für Kleinsparer bieten sich auch ideal Vorlösungen oder kostengünstige ETF-Lösungen an. Nun ist es ja am Ende des Tages so, Herr Glogger, dass viele Vorsorgesparer schon etwas älter sind. 50 oder 55 oder vielleicht sogar noch ein Schnäpschen mehr. Lohnt es sich für die, in diesem Alter überhaupt noch auf Lösungen wie Aktien oder Fonds zu setzen? Ja, definitiv, Herr Franek. Ich habe die letzte Tage für einen Mandanten genau diese Frage beantworten dürfen. Er ist 50 Jahre und sagt, wie ist die Zeit denn noch bis zu meiner Rente? Und wenn man in die normale Sterbetafel reinschaut, dann hat ein 50-Jähriger heute eine Lebenserwartung von 88 Jahren. Also das heißt, noch 38 Jahre Vorsicht. Man könnte ja auch sagen, man kann eigentlich mit der Altersvorsorge auch erst noch beginnen. Bei Frauen ist das Alter auf 92 taxiert. Und wenn ich jetzt 50 bin und bin ich ja noch 15 Jahre im aktiven Dienst, wo ich also auch freie Liquidität habe, die ich dann später eben dann verbrauchen kann. Absolut, natürlich, man muss hier diesen Zeithorizont einfach viel weiter sehen, wie er vielleicht in unserem Gedanken verankert ist. Also, Altersvorsorge auf privater Seite lohnt sich, auch mit über 50 mit Aktien und Fonds, sagt Vermögensverwalter Andreas Glogger. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. 1. 3. 5. 6. 7. 8.